So, Ina hat 37, Streak 13. Gott, bin ich nervös. Drei Herzen ist schon mal gut. Okay, wir haben einen Splitshot. Eine Mini-Tier-Rate, aber eine Mini-Range, super Tier-Rate, super Damage. Drei Herzen und diese geile Bohne. Gib ihm hart. Was soll ich erst mal tun, dass ich damit arbeiten kann und dann wird es verbessert. Erst mal lernen, wie es geht, ne? Und dann irgendwo anwenden. So. Eva ist doch euer Freund, eure Freundin habe ich gehört, oder? Als Informatiker, Arbeitung, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. War das nicht so irgendwas in der EDV? Hi, Pokémon-Meister. Grüß dich. Das XL? Ne, ist kein XL. Komisch. Alter, haben wir einen geilen Damage von Anfang an. Super. Mit Splitshot. Da ist auch ein kleiner Knockback immer noch dabei. Das ist Weltklasse. Oh, der Naro legt los. Cheer 1, 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 Cheer 1 bin mal nur am lurken. Hahaha. Dankeschön, Naro. Lurker, du. Dankeschön. Was sind's denn? Zehn? Ja. Zehn Bits. So wäre das eine Zigarette gewesen. Mann, Mann, Mann. Ja, das EDV. EDV hat doch auch was mit Computern zu tun. Ich weiß aber, ich weiß schon. Grundstudium bei mir in Word. Word und Excel. Hatte ich im Grundstudium. Ehrlich, kein Scheiß. Warum auch immer, Mann, so was hat. Grundstudium? Woppa. Mal kaputt. Hi, Moses. Hi, Moses. Fool, aber hier ist halt auch gar nix, ne? Kommen wir dem Fool mit? Vielleicht sind wir ja wirklich schnell durch jetzt hier. Sieht echt ganz gut aus. Oh, fuck. Money. Money. Okay. Gerne. Nice. Vielleicht kannst du allein deshalb tausendmal... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich brauche es auch. Wir arbeiten bei uns immer noch teilweise mit Excel-Datenbanken oder mit Access-Datenbanken und mit Excel-Listen. Dementsprechend kann ich... ... ... ... Ich habe Excel-Schulung. Nein, nein, so gut bin ich nicht. Ich muss dann doch ab und zu nochmal was nachfragen. Irgendwelche Funktionen und so weiter betrifft. Aber geht schon. Ich komme gleich. Ich kann mir zumindest... Oh, fuck. Ich kann mir jetzt zum... Alter, habe ich so wenig damage? Ich kann mir zumindest selbst... ... 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 Hi, Marzo. Grüß dich. Excel bekomme ich? Ist jetzt nett vor, ne? Ja. Ist ja Bescheid. Willen Dings auch noch kaufen? Ne, ne? Der Witz war so wow. Ja, deswegen habe ich es aber noch gar nicht vorgelesen. Ah, da ist noch ein Felsblock. Das Block. Felsblock dazwischen. Ich habe gedacht, damit kann man aufmachen, aber kann man gar nicht. Alter. Really? Really, was ist das denn bitte? Gebt mir Schlüssel. Ah, das ist doch gut. Oh, jetzt habe ich es eh... Jetzt habe ich es eh... Jetzt gibt es nur noch Pillen, ne? Ich bin gerade... Addicted. Ich will Datenvolumen raushauen. Bist du bei Dingens drin, oder was? Über... Handynetz. Da kommen wir auch noch rein. Oh, das ist Pin. Das war Pin. Ich bin unterwegs. Jetzt hat er keine Chara. Ja, ja, schlimm. Ich habe es aber beherzigt. In den letzten Runs hast du nämlich niemals mehr eine Chara mitnehmen sehen. Also, schon, aber nicht in extremem Überfang. Über... Ja, weiß, was ich meine. So. Können wir nochmal das hier mitnehmen jetzt? Bringt das was? Ne, das bringt nichts. Das hier war Addicted. Jetzt gucken wir mal, was das hier ist. Ach so. Okay. Ich habe ihn verstanden. Der Damage? Ja, geht, ne? Ist fair. Sagen wir mal so. Ja. Auf jeden Fall haben wir genug Bomben. Um so einen Shit hier zu machen. Oh, der ist ja durchgekommen. Der hätte eigentlich einen Hit verdient jetzt, aber... Machen wir nicht. So schnelle Assis, ne? Aber erst mal gucken wir mal hier drüben noch. Vielleicht haben wir Glück und können den Schlüssel sparen, yo. Ja, aber ich glaube, nichts Gutes. Moses kann das bestimmt sagen, was die macht. Oh, Rehstock. Ich bin scheißegal, hauptsache der ist schnell kaputt. Range ist super, jetzt noch Krampus, jawohl. Wat? Ich mach irgendwie nur, dass mein Kopf so ist, aber was das jetzt an Statuseffekten bewirkt oder so, keine Ahnung. Weiß ich leider wirklich nicht. Ich kann schnell nachgucken, ich muss eh aufmachen. Ich muss eh aufmachen, ich muss eh im Laufe des Abends noch irgendwann nochmal gucken. Bei Platinum God. Dementsprechend kann ich ja gleich mal gucken. Hier. Addicted. Afterbirth-Pille war das. Addictus. Causes you to take a full red heart of damage for all sources. Also du kriegst, egal wo, immer einen Grund, warum ich Pillen schmeiße, weil ich das Pillending da genommen habe. Grundsätzlich nicht, nee, aber ich hab auch genug Herzen und eigentlich ganz gute. Also du kriegst immer ein ganzes Herzschaden, auch vor den Wooms. Also eine schlechte Pille. Okay. Ich kann zwei Pillen halt aufnehmen und ich kann zwei Pillen behalten. Und dementsprechend hab ich gedacht, ich nehm jetzt einfach mal Pillen. Ich bin mir ein bisschen übermütig anscheinend heute irgendwie. Ich bin auch bei Fortnite, bin die ganze Zeit am Pushen. Hält den ganzen Run an? Nein. Kein Run an. Hab ich das gesagt? Kann das der Grund sein, warum du damals so empört darüber warst, dass ich... Aber nur in dem Raum. Dann hätte ich das in den Raum nehmen müssen. Da steht for the current room, oder? Warte. For the current room. Müsste man sich jetzt nochmal angucken. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht. Aber vielleicht. Vielleicht hab ich wirklich... Warum? Ich nehm ja keine Pille, während der Raum noch aktiv ist. Naja, anscheinend nur der Raum. Boah, seit lange mal wieder. Seit lange mal wieder. Ein Teil hier drin. Oh. 48-Hour-Energie. Das ist schon ein bisschen schnell gerade. Das geht. Ich muss nur drauf einstellen. No. Wir sehen uns. Ikraft. CertIII-Hour-Energie. Wir sehen uns. ... ... ... ... Machpor-RU. Der Raum ist. läuft das war aber das ding was geschossen hat nicht er dann nicht er in der mitte sondern der pickling schon was feines ich habe meine gute pille danke xl oder so ne hässlich na hässlicher raum echt ein hässlicher raum ja Geht das? Oh, nice. Das ist ja cool. Ah. Das ist noch nicht. Okay. Double Split Shot. Nice, ne? Das ist cool. Wenn die gesplitteten Shots nochmal gesplittet. Das ist schon geil. Das könnte richtig nice werden. Oh, fuck. Wollte ich nicht? Nein, jetzt kein Messer. Split Shot und Messer geht wahrscheinlich eh nicht, ne? 48-hour energy. Relax. Können wir einen Spam-Shot nennen, ja? Kommt in die Richtung, ne? Definitiv. Entschuldigung. Hi Schlurie, grüß dich. Willkommen im Stream. Infested haben wir. Balls of Steel ist so nett. Oh, noch ein Schlüssel. Das ist das Einzige, was ich nicht wirklich habe. Balls of Steel. Okay, sorry. War's nicht. Ist auch ein schönes Damage ab. Oder ein Damage Multiplayer wäre doch nice. Ja, das läuft ganz gut. Oh, ich habe einen Kaffee hier. Oh, ich habe einen Kaffee hier. Ah, lecker. Ach, gehörst du auf der Dunkelheit. Schaffen wir ihn immer, ne? In Boss Rush? Dann lassen wir es. Machen wir keinen Schieß. Geht's denn hin? Wahrscheinlich hier nach rechts. Gibt's einfach irgendwo hinschießen. Ist scheißegal. Ist das sogar der super geheimen Raum? Ja, nein. Wir kriegen ja noch einen Shop. Und Creed, Super Creed sind weg. Und wir haben Restock. Das heißt, alles an Kohle mitnehmen, was irgendwie geht. Ist gut. Das Beste wäre natürlich eine Tour of Diamonds. Karte, kann ich alle in den Film mal bekommen. Weil ich diesen Pillenscheißer genommen habe. Was willst du machen? Oh. Das habe ich mir aber verdient, Moses. Das habe ich mir verdient. Und nicht, indem ich 500 Euro für eine PS4 pro zahle. Sondern durch Übung. Das ist der Unterschied. Zu Auto-Aim-Scheißern. Haben wir einen neuen Laptop gekauft. Und jetzt läuft mein Isaac nur noch langsam. An was könnte das liegen? Boah, kein Plan. Ganz ehrlich, weiß ich es nicht. Was heißt langsam? Also wie ein Slow-Mo? Oh. 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 Okay. Okay. Keine Ahnung. Der dritte Schlüssel in diesem Run, den ich genau in diesem Run-Raum gepeile. Ganz ehrlich kann ich dir wirklich leider nicht sagen. Sorry, tut mir schrecklich leid. Hatte ich noch nie das Problem. Egal, ob du Vollwild-Modus hast oder Fenster-Modus oder... Vielleicht wissen die anderen was, an was das Leben ist. Könnte in so einem Fall vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee sein. Nö. So, rechne mal neu hochfahren. Aber das wirst du wahrscheinlich probiert haben, ne? Ja. Ach, manchmal ist dann doch nicht so gut hier Chaos. Man hat mal gegoogelt, da müsste doch was geben, oder? Könnte der denn sein? Der ist bestimmt da oben. Wahrscheinlich links. Ich probiere es mal links. Das ist natürlich hässlich, wenn Isaac nicht geht. I found pills. Aber allgemein gibt es das Problem wahrscheinlich öfters, dass Spiele einfach nur noch langsam laufen. Vielleicht kannst du mal allgemein suchen. Ich meine, ich hatte das auch schon mal, dass Spiele langsam gelaufen sind bei mir auf dem Rechner. Ich weiß aber nicht mehr, das ist schon lange her. Da habe ich Bomben. Ich habe 99 Bomben, habe Set Bombs gerade noch bekommen, ne? Ich habe super viele Bomben-Items. Ich muss hier gerade mal kurz legen. So, dass man irgendeinen Effekt sieht. Ist schon nicht schlecht. Aber okay. Ja. Sonst viel Glück beim Forschen. Try and Error kann auch funktionieren. Ja, das kriegst du in den Griff. Das kann vielleicht auch nur deinstallieren, nochmal neu installieren oder so sein. Was ganz, ganz simples oder solch. Was für ein Windows hast du denn drauf? Das ist auch oft wichtig. Ja, ich verstehe es. Also, wenn Isaac wegfallen würde, bei mir würde ich echt was fehlen. Windows 10. Und mal vor, hattest du auch Windows 10 drauf? Vom alten PC. Junge. Kannst du dir nicht sagen, wie gesagt. Auch wenn du jetzt sagst, ja, hatte ich auch. Kannst du dir nicht sagen, im Endeffekt. Ist schon mal ums Hart. Ich habe gedacht, das wäre noch der erste Boss. Oh, two hits? Really? Set Bombs. Boom. Ich nehme mal das mit dir. Mit Spaß. Vielleicht werden wir ja so oft getroffen, dass es was bringt. Ich werde sogar zu Hush gehen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Mein Stream hängt hinterher. Ich habe heute schon wieder nicht High Sun Solar. Ich habe heute schon wieder nicht die Qualitätsoption. Ich weiß nicht, was. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Twitch momentan macht. Ob es wirklich so viele neue Leute gibt, die streamen. Ich habe keine... Ich habe schon seit Wochen keine Qualitätsoption mehr. Das tut mir schrecklich leid. Und dementsprechend hängt der Stream halt auch mal öfters. Und dementsprechend hängt er natürlich auch ein bisschen hinterher. Das ist mir schrecklich leid für euch. Aber ich kann es nicht ändern. Ich bin leider nur Affiliate. Da müsst ihr noch 70 oder 80 andere Freunde aktivieren, die dauerhaft zuschauen. Dann bin ich Partner und dann habe ich immer Qualitätsoptionen. Dann hängt der Stream immer so hinterher. Dann buffert er nicht mehr und dann hängt er nicht mehr so hinterher. Ich weiß aber auch nicht, warum ich die Qualitätsoption nicht mehr habe. Egal, weil das schon was finde. Ich gebe nicht auf. Die ganze Nacht da was. Ich weiß, es ist ätzend. Denn da oben nehmen wir noch mit, oder? Oh, ich sollte warten, bis die ganzen kleinen Splitshots weg sind. Wenn ich da eine, viele haben selber Probleme, echt. Aber das geht halt schon über Wochen, dass ich die Optionen nicht mehr habe. Also echt nervig. Weil es halt viele Leute gibt, die einfach sagen, ich habe halt nicht die 720p, in denen ich streame. Außerdem habe ich für euch mein neuer Rechner. Der wird jetzt wirklich demnächst bestellt. Und dann gibt es halt eigentlich 1080p, 60fps. Und wenn ich dann keine Qualitätsoptionen habe, solange ich das nicht recht fix habe, kann ich das nicht machen. Weil viele von euch dann einfach nicht mehr zuschauen können dauerhaft. Und das ist halt sehr, sehr schade. Aber das bringt ja nichts, wenn ich in High Quality streame und keiner kann es gucken. Geht doch mal, geh weg vom Jör. Das wäre halt sehr, sehr schade. Ich muss ein bisschen auf meine Herzen aufpassen jetzt. Also es wird sich doch wieder knapp zum Schluss, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nice. Dann haben wir noch Bad Bombs. Und Fast Bombs. Holy Shot. Ich meine sogar, ich hatte das auch mit Minecraft. Jetzt wo du es sagst. Ich meine, ich hatte das mit Minecraft. Guckt euch meine Bomben an. Oh. Sick. Okay. Wir werden den Run schaffen. Jetzt mit Holy Shot sowieso. Jetzt wo Creon das sagt. Ich meine, ich hatte das mit Minecraft, ne? Okay. Holy Shot war der absolute Winner hier. Das verbrauche ich gar nicht. Okay. Ich kann ihn schön abkürzen. Das ist auch nice. Oh, er ist auch der Boss. Okay. Okay. Nice. 31 Minuten. Na ja, Street-Rekord oder so, ne? Krass. Ich hab mal Minecraft gespielt. Normal hab ich mal gespielt. Nein, Tech-It hab ich mal gespielt. Minecraft Tech-It. Und Minecraft Hex-It. Tech-It war ganz cool. Es war Feed the Beast. Und Hex-It hab ich mal gespielt. Und natürlich, das ist am Anfang irgendwann mal drei, vier Mal das normale Minecraft. Aber nie im Stream. Ich glaub, im Stream hab ich noch nie Minecraft gespielt. Ich hab' gefilmt'